Nach der Pause können wir jetzt die Frage C der Aufgabe beantworten. Und man muss einen Ausdruck für die resultierende Auftriebskraft auf die Luftblase als Funktion der Tauchtiefe finden. Erstens sollen wir uns überlegen, welche Kräfte überhaupt im Spiel sind. Ich habe hier schon angedeutet, dass zwei Kräfte tatsächlich wirksam sind. Die sogenannte Gewichtskraft der Luftblase selber und dann eine Auftriebskraft des Wassers. Und die Auftriebskraft des Wassers entspricht der Gewichtskraft des verdrängten Wassers selber. Meine Luftblase tatsächlich besitzt ein Volumen und das Volumen der Luftblase verdrängt sozusagen eine äquivalente Menge vom Wasser. Bevor wir diese explizit diskutieren und mathematisch auch definieren, können wir uns sofort von der Tatsache überzeugen, dass beide Kräfte sind parallel zueinander und in der entgegensetzten Richtung gerichtet. Die Gravitationskraft der Luftblase wirkt nach unten und die Auftriebskraft verbunden mit dem verdrängten Wasser wird nach oben. Dann können wir sofort schreiben und wir können erstens auf die vektorielle Schreibweise verzichten, dass die resultierende Kraft, die resultierende effektive Auftriebskraft auf der Luftblase ist dann gegeben, betragsmäßig eben durch die Differenz zwischen Auftriebskraft des Wassers, wie gesagt, verbunden mit dem verdrängten Wasser und die Gewichtskraft der Luftblase selber. Jetzt die Gewichtskraft der Luftblase können wir sofort schreiben als Masse der Luftblase mal die Gravitationskonstante. Und jetzt sollen wir einen expliziten Ausdruck für die Auftriebskraft F A finden. Wie ich bereits erwähnt habe, diese Auftriebskraft entspricht der Gewichtskraft des verdrängten Wassers, so das können wir schreiben als Masse des verdrängten Wassers mal die Gravitationskonstante G. Jetzt die Masse des verdrängten Wassers ist dann definiert als Dichte des Wassers, diese übrigens ist eine bekannte der Aufgabe, mal Volumen der Luftblase selber und dazu nochmal die Gravitationskonstante G. Jetzt was für ein Volumen der Luftblase muss ich hier einsetzen? Dies haben wir schon bei der Frage B berechnet. Ich erinnere hier, dass wir in einer Situation sind, wo beim Aufsteigen der Luftblase Richtung Wasseroberfläche handelt es sich um einen isothermischen Prozess, weil meine Luftblase ist immer im thermodynamischen Gleichgewicht mit dem Wärmereservoir, sprich Meerswasser, und befindet sich immer bei der konstanten Temperatur des Wassers selber. Und weil Luft das ideale Gasgesetz erfüllt, dann haben wir gesehen, dass es gibt diese inverse Proportionalität eben bei konstanter Temperatur zwischen Volumen der Luftblase und wirksamen Druck bei einer gegebenen Tauchtiefe Z. So, wenn wir jetzt hier VL explizit schreiben möchten, ist dann gegeben hier durch die Masse der Luftblase mal die spezifische Gaskonstante der Luftblase mal die Temperatur des Wassers, dann geteilt durch den Druck bei der Tauchtiefe Z. Und wir können jetzt alle diese Informationen zusammenfassen und dann diese Formel auch in eine kompakte Art und Weise schreiben. Wir können tatsächlich von der Rechnung die Gewichtskraft der Luftblase selber in den Vordergrund nehmen, so dass was resultiert als resultierende effektive Kraft auf meiner Luftblase ist dann folgende Formel. Die Dichte des Wassers mal die spezifische Gaskonstante der Luft mal die Temperatur des Wassers, geteilt dann durch Pn plus die Dichte des Wassers mal G mal die Tauchtiefe Z als minus 1 und das Ganze multipliziert mit der Gewichtskraft der Luftblase selber. Und damit haben wir eine explizite Darstellung oder einen expliziten Ausdruck für diese resultierende Kraft. Auch interessant ist die Fragestellung D. Und zwar, man fragt, welche Wärme-Q wird der Luft in der Blase während des Aufsteigens an die Wasseroberfläche zugeführt? Und hier haben wir mit einer interessanten Situation aus einem thermodynamischen Standpunkt aus, weil wir betrachten hier beim Aufsteigen der Luftblase Richtung Wasseroberfläche eine schrittweise Vergrößerung des Volumens der Luftblase selber. Weil Richtung Wasseroberfläche der Druck nimmt ab, weil eben die Tauchtiefe wird immer kleiner und kleiner, so Druck nimmt ab und wegen dieser inverse Proportionalität nochmals, weil beim Aufsteigen betrachten wir einen isothermischen Prozess vom thermodynamischen Standpunkt aus, das heißt bei konstanter Temperatur T, so wegen dieser inverse Proportionalität mit sinkendem Druck gibt es dann eine Vergrößerung des Volumens. Das heißt, wir starten am Anfang bei einem Volumen V0, wenn die Luftblase aus dem Tauchgerät austritt und die Luftblase dehnt sich aus bis zu einem Volumen, werden wir die später als V1 bezeichnen, wenn die Luftblase an die Wasseroberfläche landet und wo die Luftblase dann nur den Druck Pn, also den Normaldruck, erleben wird. Es ist aber interessant hier zu betonen, dass beim Aufsteigen Delta T ist gleich Null, das heißt, die Temperatur bleibt konstant. Aber wir haben in der Vorlesung gesehen, dass bei sogenannten isothermischen Prozessen gibt es auch keine Variation der innere Energie. Delta U muss dann gleich Null sein. Aber nach dem ersten Absatz der Thermodynamik wissen wir auch, dass allgemein die Variation der innere Energie ist gleich der Summe von zwei Übertragungsformen der Energie, das heißt Arbeit und Wärme. Das ist die Variation der Arbeit und das ist die Variation der Wärme. Wir haben übrigens die Konvention eingeführt in unsere Vorlesung, dass wenn Arbeit verrichtet ist oder Wärme abgeführt ist, diese sind negative Größe. Wenn Wärme zugeführt ist, sowie Arbeit in einem System reingesteckt wird, diese sind positive Größe. Auf jeden Fall können wir jetzt auf diese Konvention oder Vorzeichenkonvention verzichten, weil schlussendlich interessieren uns die absolute Beträge der jeweiligen Übertragungsformen der Energien, die im Spiel sind. Interessanter ist aber hier zu bemerken, dass aufgrund des ersten Absatzes der Thermodynamik folgt, dass die zugeführte Wärme identisch sein muss mit Minus diese verrichtete Arbeit bei der Luftblase selber. Das heißt physikalisch, bei dieser isothermischen Situation, wo die Temperatur konstant bleibt und beim Aufsteigen der Luftblase, wobei das Volumen vergrößert sich, je kleiner ist die Tauchtiefe, die zugeführte Wärme ermöglicht eine Ausdehnung der Luftblase selber. Aber eine Ausdehnung der Luftblase bedeutet, dass es eine Ausdehnungsarbeit im Spiel ist. So, schlussendlich die gesuchte Wärmemenge Delta Q, wenn wir nur auf die Beträge von solchen Übertragungsformen der Energien interessiert sind, ist dann gleich Betrag von dieser Arbeit und diese Ausdehnungarbeit von einem thermodynamischen Standpunkt aus entspricht dem Volumenintegral des Drucks. Wobei, als Integrationslimiten haben wir mit einem Volumen V0 zu tun, das wäre Volumen am Anfang, wenn meine Luftblase aus dem Tauchgerät austritt, und Volumen V1 am Ende, das heißt, wenn meine Luftblase an die Wasseroberfläche landet, das heißt, wenn Druck gleich dem normalen Druck ist. Ich möchte hier vielleicht aber betonen, etwas, was ich in der Vorlesung auch mehrmals angedeutet habe. Obwohl mein Prozess hier von einem thermodynamischen Standpunkt aus isothermisch ist, das heißt, obwohl die Temperatur konstant bleibt, gibt es trotzdem eine Wärmemenge Delta Q, die im Prozess verwickelt wird, die tatsächlich hier zugeführt ist, und dank dieser zugeführten Wärmemenge Delta Q die Temperatur im Gas konstant bleibt, aber eine Ausdehnung erfolgt. Und das ist quasi umgekehrt als die Situation bei adiabatischen Prozessen, wo keine Wärmemenge Delta Q ausgetauscht ist, aber trotzdem eine Temperaturänderung möglich ist. So, wenn man jetzt hier diese Integration durchführt, wir müssen nur noch die Volumenabhängigkeit des Drucks ersetzen, aber diese kennen wir aus der Antwort zur Fragestellung B nach dem idealen Gasgesetz, und die Integration ist dann sehr einfach, übrigens eine ähnliche Integration haben wir auch in der Vorlesung durchgeführt, sodann was resultiert als Formel für die zugeführte Wärme als Betrag berücksichtigt, ist dann die Masse der Luftblase mal die spezifische Gaskonstante der Luft, mal die Temperatur des Wassers, dann mal den Logarithmus des Verhältnisses zwischen Anfangs- und Endvolumen, wobei eben V1 ist mein Endvolumen, wenn die Luftblase an der Wasseroberfläche sich befindet, und V0 ist mein Volumen am Anfang, wenn die Luftblase aus dem Tauchgerät austritt. So, diese war eine interessante Aufgabe, wobei wir uns mit einigen Konzepten aus der Thermodynamik auseinandergesetzt haben. Ich freue mich auf die nächsten Videoübungen mit Ihnen.